Was geht hier vor? Stopp! Alles okay bei dir? Achtung an alle Einheiten. Gesucht wird eine Gewalttätige 091. Sie ist vor einigen Stunden aus der Jugendpsychiatrie entkommen. Sie ist psychisch instabil und wird als gefährlich eingestuft. Hab verstanden. Hab ich ein Glück. Hast du keine Freunde? Bist da nur du ganz allein in einer großen, bösen Welt? Hey, hör zu, ich muss dich mitnehmen, okay? Du könntest also all die Arschlöcher da draußen mit deinem Verstand kontrollieren? Ich meine, wow. Hey, Romeo, greif in deine Tasche und zeig mir deine Wertschätzung. Ich geb dir nicht mein Geld. Bro, was machst du? Gib mir nicht das ganze Geld. Wieso ist sie denn noch hier? Sie kann nirgendwo hin und ich helfe ihr für eine Weile. Was hast du vor? Sie ist eine flüchtende Mann. Stehen bleiben! Wenn ihr das Mädchen seht, schaut ihr nicht in die Augen. Ich weiß, das klingt seltsam, aber tut es einfach nicht. Ich wusste, dass heute Nacht irgendwas Abgefahrenes passiert. Weißt du, mit dem Vollmond spüre ich das in meinen Eierstöcken. Ich schwöre es bei Gott. Ich wulde, mit dem Vollmond spüre ich das in meinen Eierstöcken, Ich Qatar spielt instructions und rot Ich weiß, zweifeld ich picked an,